Und sie waren die großen Enttäuschten der Weltmeisterschaft. Eugene Katzewmann und Maria Manosova, beide kommen ursprünglich aus der Ukraine, starten aber für Amerika, wo sie seit 93 leben. Sie hatten eher auf Silber gehofft bei der Weltmeisterschaft. Der vierte Platz war ein Schock und so wollen sie dieses Ergebnis heute wieder gerade machen.